So Leute, ihr habt die Auswahl. Wir müssen in Hamburg losfliegen, okay? Ich möchte gerne in Hamburg los. Es ist mein erster Flug auf Watze. Wir müssen jetzt noch einen Flugplan aufgeben. Oleg, vielen lieben Dank an dich für den 1 Euro. Aber wir müssen jetzt ein bisschen helfen. Seid mir nicht böse, wenn nicht alles perfekt funktioniert. Also wir fliegen von Hamburg nach Stuttgart. Also wir können hier einen Flugplan feilen. IFA wollen wir fliegen. So, zufrieden? Aber ich merke schon, ihr helft mir. Sehr gut, sehr, sehr gut Leute. Genauso muss das weitergehen. Was ist, wenn man hier mal auf Klo muss und über Funk nicht erreichbar ist? Müsste ich die anderen nicht sehen können eigentlich? Die anderen Leute, die hier so rumfliegen? Und nicht alles voll mit irgendwelchen Flugzeugen? Ne, dieses C, S, L, S, was auch immer das sein soll, habe ich noch nicht. Warum machst du nicht die Jetway dran? Digga, weil ich nicht weiß, wie das geht. Wofür ist das A? So ein Traum. Wer braucht Jetways? Treppen? Träumchen. Also ich finde, es sieht besser aus, als ich es je in FSX hatte. Richtig schöner Low-Cost-Move an der Fingerposition mit Treppenboarden. Genauso ist es. Noch viel Low-Costiger ist es, wenn du deine eigenen Treppen dabei hast. Grüße gehen raus an Ryanair. Gut, für ein Tweejet. Six Papa Whisky? Es ist hier bloß mit J Wrestling Six Papa Whisky. Ah, da lässt man sich verwenden. Ich bin auch nicht ohne mit Six Papa Whisky. J Wrestling Six Papa Whisky... S, L, 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 L... Texas... Strait fetts, soo, tri, reit, soo, one, und wir quetschen dich mal auf Zero two, bravo. 1,2,4,3,2,5, ist die Artis in Hamburg? Oder kann ich die nur da... Leck mich, aber Sack, das kann ja auch nicht angehen, Alter. Wie geil ist das denn? Ich bin schwer beeindruckt, dass da jetzt gerade echt eine Artis kam. Ihr lacht nicht aus, oder? Ist ja mega gut, also wirklich gut. Dann schmeißen wir einmal die APU an. Da schalten wir noch die Constraints drauf, das brauchen wir gleich für die Departure. Und während die APU hochläuft, gehe ich das einmal ganz schnell mit euch durch. Also vor Papa Mike, da hören wir heute drauf. Kostindex 25, Cruising Flight Level 260, IHS ist gemacht. Steigen sollen wir bei dieser Departure auf 5.000 Fuß. Die werden hier eingedreht. Dann läuft die APU. Dann machen wir die Klimaanlage mit drauf. External Power geht ab. Hamburg Raum, schönen guten Tag. Lufthansa 4 Papa Mike, at Stand 07. With information Oscar, request start up and clearance to Stuttgart. Lufthansa 4 Papa Mike, hallo. For information you need an off-flight level on this airway. So I can offer you flight level 270 or flight level 250. Lufthansa 4 Papa Mike, we take flight level 270. Lufthansa 4 Papa Mike, is cleared to destination Stuttgart via IDECO 4 Golf departure. Initial climb 5000 feet and flight plan route squawk 1000. Lufthansa 4 Papa Mike, is fully ready request pushback. Lufthansa 4 Papa Mike, pushback approved facing south. Lufthansa 4 Papa Mike, pushback approved facing south. Lufthansa 5imes, pushback planen. Lufthansa 5 Ronné, pushback planen. Pulsstrom, pushback vorplanen. Lufthansa 5 am besten uh minuten. was habe ich eigentlich die letzten 15 jahre gespielt ich stelle mich jetzt ein bisschen daneben aber ein engine to start engine one start so zwei gute triebwerk start das geht wieder auf norm ground spoilers werden gearmt das auf null gesetzt das geht auf konfig 1 trimmung sollte auf 0,5 down 0,5 down und der status so dann können wir schon mal ein flight control check machen so freizeichen ist gesehen dahinter lufthanser poppa mike krieg ich probiere das heute mal danke doch ganz neu heute so taxi left side clear right side clear lufthansa poppa mike 126850 vielen lieben dank bis dann hamburg tower schönen guten tag lufthansa vor papa mike holding point runway 33 fully ready lufthansa vor papa mike runway 33 cleared for take off danke top das noch mal ganz kurz überlegen haben wir alles so dann geht das los man flex srs runway wie wollen und roten und positive klein gear ab da fehlt wieder der kollege digger perfekt fast klein so autopilot und 136 oh scheiße ich brauche einen kollegen bremenradar schönen guten tag lufthansa vor papa mike passing altitude 4000 feet climbing 5000 feet die deko vor golf lufthansa vor papa mike climbing flight level 150 flight level 100 ist durch landing lights gehen off haben wir ein funktionierendes fliegendes flugzeug leute es sieht danach aus ich hätte es niemals gedacht und was war das für ein genialer lotze in hamburg und hier die ganze zeit klaus danke dir grüße gehen raus für einen floristen wirklich gut gemacht danke euch leute so klassischer satz zum co-piloten ist jetzt ab jetzt zieht sich und ihr habt schon gehört mein stuhl ist natürlich nur spaß jetzt wird es gearbeitet also um ein bisschen aufklärung um ein bisschen aufklärungsarbeit es ist auch lauter muschig ich fühle es gerade komplett aber es ist doch jemand online du hast eine contact me von deinem lotze mit speed radical speed plus 1000 und 1000 to go der hamburger groundloads haben wir geschrieben er ist über elf jahre dabei und hat 14.500 flugstunden auf watze also das machen wir definitiv häufiger jetzt bis ich das genauso gut kann für die die leute die hier 14.500 flugstunden haben das ist ja krank ich habe wirklich großen respekt weil ich wage mich ich wage mich gerade in eine community rein die sehr professionell zu sein scheint und ich werde herzlich aufgenommen habe ich das gefühl langrader schönen guten tag lufthansa vor papa mike flight level 270 meine sehr verehrten damen und herren ein herzliches willkommen an bord noch einmal ich habe mich ja schon begrüßt ich bin ja der kapitän ja da bin ich aber kurz zurückgefallen in meine minderwertige rolle eines ersten offiziers so die daten reden wir dem airbus hat er gerade deinen namen gesagt hektor pascal für einen pascal mache ich ganz viel druck ist das nicht schön lufthansa vor papa mike descent flight level 120 to reach at karlsruhe lufthansa vor papa mike stuttgart approach is going to close continue on unicom eine gute landung condor correction lufthansa vor papa mike we continue on unicom danke tschau leute was ist unicom one to two eight soll ich oder was hä und wie was soll ich da jetzt machen muss ich das auf englisch machen lufthansa vor papa mike delta kilo radio check lufthansa vor papa mike radio 5 ja das gibt es natürlich im echten leben nicht continue on unicom und red einfach mit den anderen guter kommentar in echt werden fluglotsen allerdings auch fürs lotsen bezahlt fühle ich lufthansa vor papa mike on batso 25 sierra transition descending altitude 4000 feet für 4000 fuß kriegen wir natürlich ein qnh dazu das ist 1016 ist eingestellt stuttgart erproben schön guten tag lufthansa vor papa mike 4000 feet batso 25 sierra transition with information foxtrot oh der hatte terrain perfekt lufthansa vor papa mike right turn heading 220 cleared ILS approach runway 25 lufthansa vor papa mike right turn heading 220 cleared ILS approach runway 25 speed check flaps one lock star und glideslop star lufthansa vor papa mike 118.8 vielen dank für den servicetown flaps 3 flaps full autothrust off autopilot off Das mit dem Ruder überüben wir noch ein bisschen, aber wir sind gelandet, Leute, in Stuttgart. Lufthansa 4 Papa Mike, welcome to Stuttgart, contact ground, 118 SM6, bye. Lufthansa 4 Papa Mike, vielen Dank, 118 SM6. Stuttgart Ground, schönen guten Tag, Lufthansa 4 Papa Mike on Taxway Foxtrot. Lufthansa 4 Papa Mike, Stuttgart Ground, guten Abend, Taxi to Gate 12 via Sierra India Mike. Lufthansa 4 Papa Mike via Sierra, India and Mike Stand 12. So, one, two, lights gehen off, engine two off, engine one off. Das war ultra geil, das hat richtig Spaß gemacht. Zeit für die Wiederholung, würde ich sagen. Meinen allergrößten Respekt, dass das scheinbar fast alles Leute sind, die das nicht beruflich machen. Das läuft wirklich, wirklich gut. Zumindest von Hamburg nach Stuttgart hat das sehr, sehr gut funktioniert. Vielen Dank dafür, dass das so toll geklappt hat. Vielen Dank, dass so viele Leute so kontinuierlich lange zugeschaut haben. Da kommt der Flair und zack, passt. Sehr gut. Und damit sind wir, glaube ich, durch für heute, oder? Vielen lieben Dank, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid. So pünktlich an diesem Flug teilgenommen habt von Hamburg nach Stuttgart. Das hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Ich habe nicht erwartet, dass es so viel Spaß macht. Also, das war ja extrem professionell, was da abgelaufen ist von den, auf der Seite der Lotsen. Richtig, richtig cool. Vielen, vielen lieben Dank für die Hilfe und dass ihr auch mit mir etwas vorsichtig wart. Trotz meines ersten Watz im Fluges. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Tschüss.